Mo Leute, Timex hier. Die Friseure haben ja schon ewig zu aufgrund von der Quarantäne, aber das ist ja gar kein Problem, geht ja auch ohne. Wichtige Ankündigung für euch, ihr habt es ja gestern mitbekommen, wir haben auf eine unfassbare TikTok-Cringe-Compilation reagiert. TikTok ist ja echt zu diesem Zeitpunkt gerade eine echte Drecksplattform, muss man einfach sagen, was da abgeht. Aber trotz dessen, dass der Content so kacke ist, ist die Plattform ganz geil, weil die so gut auf dem Handy geht und so ganz kurz für zwischendurch. Nur so 10 Sekunden Clips. Ich sehe da sehr viel Potenzial drin. Deswegen, hatten wir uns gestern im Stream ja dazu entschieden, machen wir, damit nicht nur ganz merkwürdiger, fragwürdiger Content auf TikTok ist, einfach nur den lustigsten Clip, den lustigsten Clip, die lustigste Szene, ein Clip pro Tag auf dem Trimax-TikTok-Account. Ich werde euch den unten drunter verlinken, alle Namen waren schon weg. What the fuck, alles war geklaut, ich heiße jetzt Trimax94. Ein Clip pro Tag, lustigste Szene, ganz schnell, 5 bis 10 Sekunden. Könnt ihr gerne folgen. Mal gucken, wie viel bei rumkommt. Und die Zuschauerschaft auf TikTok ist riesig. Unfassbar krass, wie viele Leute das benutzen. Mal gucken, wie es wird. Ich bin da sehr drauf gespannt, einfach mal, ich sag mal, normalen Content auf TikTok zu bringen. Nicht, was super peinlich ist oder irgendwelche schlechten Sketches oder Tanzen oder das kann man ja alles machen. Wundert mich nur, warum es bisher noch nichts Normales gab. Das machen wir. Stream geht jetzt an, wir zocken Fortnite mit komplett 9 Accounts mit Rumatra und wir smurfen mehr oder weniger, weil Skill-Based Matchmaking oder ich sag mal, auf meinem Main-Account habe ich ja schon echt viel gezockt. Deswegen machen wir uns jetzt 9 und wollen mal gucken, wie es da so läuft. Das Fortnite-Zocken hat letztes Mal unfassbar viel Spaß gemacht, bis man dann weggeragequitted ist. Aber Rumatra hat auch 3 Monate lang kein Fortnite gezockt. Deswegen wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Stream. Folgt mir gerne auf TikTok und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich.